So und herzlich willkommen zurück, Folge 89. Ja, mein Plan war ja so verfolgt, dass ich jetzt in meine Mine gehe, die ich mal glaube gefunden habe, wenn ich mich nicht recht entsinnen kann. Aber vorerst wollen wir noch ein bisschen was herstellen, sprich wir machen unseren goldenen Badpack, welches dadurch sich auszeichnet, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, weil ich habe ja einen schon fast komplett voll hier. Deswegen machen wir gleich unseren zweites, aber auch noch Gold. Und mehr brauche ich glaube ich nicht in der Kiste Beuglein. Mulch kann weg. Überhoffnungslos überfüllt. Das kann weg, das kann weg. Ein Jetpack nehme ich mit, das lasse ich alles drinnen. Vielleicht nehme ich hier meine eine Spitzhacker mit, wenn ich die jetzt wieder fände. Ähm, wo ist die denn? Hab ich die hier bei den Ärzten reingepackt? Also ihr wisst ja, welche Spitzhack ich meine. Diese Cheater-Spitzhack. Wo habe ich die denn hin? Oder habe ich die ins Ding reingepfiffert? Nö. Wo ist die denn? Die kann doch nicht weg sein, oder? Seeds. Bienen. Äh, an McKay Unrath? Nein. Wo ist meine geile Spitzhacke? Faumium? Wo habe ich die denn zuletzt mal gehabt? Das weiß auch keiner, das kann mir auch keiner sagen. Bis die Folge raus ist, habe ich sie bestimmt schon längst gefunden wieder. Die ist ja nicht. So, Mensch, sag mir mal, wo die Kiste ist, beziehungsweise wo die, äh, Spitzhacke ist. Oder ist sie hier vorne drinne? Ich verbrauche gerade unnötige Zeit. Da sind Bücher drinne. Aber wo Bücher? Wir können die 19 Level eigentlich immer ewig verbrauchen. Ah, 17. Nemesis-Geflüster habe ich bestimmt schon irgendwo gehabt. Nö. Du, was, hierhin? Hm. Die Glücksspitz 1, da kann ich mich mit. Nee, da habe ich für keinen, keinen Erfahrungspunkt jetzt. Die kostet ja auch nochmal Erfahrungspunkte, wenn ich das auf den Ambruch setzen will. Hm. Oh, ich kriege doch einen Rappel. Wo habe ich die denn hingetan? Ich hatte die doch. Die war ja noch nicht kaputt. Hier sitzt sie nicht. Oder ist sie bei meinem Tod weggekommen? Aber ich bin einmal davon gestorben. Das wäre jetzt ärgerlich. Na gut, hätte ich jetzt Pech gehabt, aber... So noch wäre es ärgerlich. Ich glaube, ich habe Pech gehabt. Ich glaube nicht, dass irgendwo hier ist noch. Naja. Jetzt schaue ich nochmal die Kisten so durch. Naja, aber hier ist... Nein, hier ist nur noch Koppelsum drin. Naja. Haben wir Pech gehabt. Kann ich nichts ändern. So. Jetzt brauchen wir noch ein goldenen Backpack. Äh, brauchen wir Wolle? Vier Stück habe ich bestimmt irgendwo. Wolle einmal. Und die restige holen wir uns jetzt gerade. Hallo, Schafe. Dankeschön. Und... Hallo, Schafe. Äh. Ähm. Jetpack. Danke. So. Wann ist es? Dreimal Wolle? Viermal Wolle, ne? Muss ich wieder Wolle suchen hier. Eisentankwände. Nö. Nö. Nö, nö, nö. Auch nochmal nö. Oh. Weißt du, das Wichtigste habe ich. Aber das Unwichtigste fällt irgendwie weg hier. Bestimmt bin ich gleich da und dann hat schon wieder so ein olles Schaf wieder was gegessen. Zwei, zwei, drei, vier. Weil das brauche ich nämlich, wie gesagt, ein Backpack. Aber das könnte wohl gut klappen, dass ich das verbrauche. Dass das voll wird. Sprich mit Ärzten und so weit, was ich finde. Das habe ich auch noch da, das eine hier. So. Und jetzt brauchen wir noch einen Block. Auf Gold. So, die Kiste in der Mitte. Und dann brauchen wir hier drei davon. Und dann brauchen wir Wolle. Zack. Und Dankeschön. Und das kann hier rein. Dann habe ich noch einen Kescher mit. Ich habe das mit. Ich habe das mit. Ich habe Fackeln mit. Dann nehmen wir jetzt zusätzlich noch Fackeln mit. Boah, kann man mal einer sagen, wo immer ein ganzes Inventar hier geblieben ist. Das ist doch alles hier. Und mit dir verstreut. Ich hätte doch drei, sechs Fackeln gemacht. Wo sind die denn jetzt abgeblieben? Kann man mir mal einen Bidda-Auskunft geben, wo ich die reingeschmissen habe? Hallo? Wo sind sie? Dankeschön. So, dann machen wir hier mal die Fackeln weg. Das reicht. Der kann hier rein. Der Wassereimer, den brauche ich auf jeden Fall hier unten halten. Zu essen. Nee, zu essen haben wir eigentlich noch genug. Mit denen sollten wir eigentlich auskommen. Rüstung habe ich. Ich habe einen Eimer. Ich habe... Oh, warte mal. Ich könnte was mitnehmen. Und zwar Zellen. Zellen kann ich mitnehmen. Dankeschön. Ein Stack. Sind vier Stacks. Ist ganz gut. Zellen hier rein. Die können da oben mit rein. Ja, das nehmen wir alles mit. Und dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Wusch, wusch, da hinten hin. Ich glaube, dass dann die Programme ausfallen von den Turtles. Das kann natürlich möglicherweise passieren. Aber das würde ich nicht hoffen. So, ich mache mich jetzt auf den Weg dahin. In der Zeit können wir schon Monsters einschalten. Naja, ich bin ein einfacher Mensch. Einfach. Warte mal, bin ich denn jetzt hier richtig? Habe ich denn hier... Ich weiß es gar nicht. Hatte ich das denn überhaupt schon mal gefunden? Oder habe ich Hauptmann den gefunden? Ich weiß es gar nicht im Minenschacht. Hier weiß ich, dass es zumindest irgendwo runter geht. Wo habe ich denn... Oder habe ich gar keinen Minenschacht gefunden? Hm. Oder ist das... Jetzt verwechsel ich das mit einer anderen Map von mir. Ich glaube, ich verwechsel das voll mit einer anderen Map von mir. Dass ich mir so einen Gang gebohrt habe und ein Minenschacht in der Nähe war. Aber ich glaube, ich verwechsel das wirklich. Tut mir leid. Da ist Lava. Da ist Lava gewesen. Wann sind wir denn nochmal da hingekommen? Hier ist Lava. Hier ist ein Gang. Dann ging es hier rum. Hier ist Lava. Dann ging es hier weiter. Ich gucke jetzt gerade aus der dumme Röhre, wo ich lang gehen muss. Achso, hier ist ein Gang. Okay. Na, wir kommen auch bestimmt der Sache näher. Dann gehen wir mal hier weiter. Vielleicht findet sich den Gang, den wir da suchen. Hier muss ja... Wow. Zumindest ein Gang sein dafür. Schnell, schnell, schnell. Komm, such mal gleich hier die Lava mit auf. Kann sie gleich direkt klauen. Brauche ich ja eh. Wo du dran kommst, nimmst du mit. Und wo du nicht dran kommst, da habe ich Pech gehabt. So. Weil das ist nämlich geil. Lava brauchen wir eh. Einerseits für das Minecart und andererseits einfach nur, damit ich die Lava-Zellen da aufführen können im Geo-Therma-Generator. Jetzt habe ich da schon das Richtige. Genau. Das wollte ich haben. So, jetzt weiß ich aber nicht, wo der Tunnelgang hier ist. Bin ich auf jeden Fall schon weg. Dann nehme ich das hier mit. Dankeschön. Dann können wir auch meinetwegen hier den Magnet anmachen, ja. So. Und hier oben drüber muss irgendwo ein... Weg sein. Äh. Wenn ich jetzt genau wüsste, wo der ist. Der ist 5000 Mal einfacher. So, hier finde ich nix. Gut. Ist jetzt auch nicht mein Problem. Feuer durchzogen ist. Okay, das brauchen wir nicht. Ich sehe auch nix auf der Karte. Hier sehe ich nur verwirrte Wege, die ich aber selber gekloppt habe. Nee, hier ist auch nix. Hier ist Lava. Das bringt mir aber nix. Kohle. Die nehmen wir mit. Das wäre auch noch eine Glücksspitze geil gewesen. Aber kann ich ohne mitleben gerade. So. Dann habe ich das hier noch. Kohle, 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 Kohle. Nee. Nee. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Hier ist nix. Nö. Oder ist das eine Etage drüber? Muss es ja schon fast sein. Dass das eine Etage drüber ist. Dann let's go, Forrest. Oder hier. Wie sieht es hier aus? Ist das der Gang? Oh. Hallo. Hier ist noch Material. Sieh einer an. Material. Nehmen wir da alles mit, oder nicht? Da kloppen wir nämlich ein bisschen Material hier rum. Sind wir bei uns so da näher. Das heißt, ich glaube, die Programme laufen noch. Schau ich mal hier runter. Was findet sich denn hier noch? Silber. Gut. Ob ich es brauche, weiß ich gar nicht. Was ist denn hier hinter gewesen? Ach, guck mal an. Was wir hier haben. Hier ist der... Der... Ähm... Dieser Tunnel. Dieses Ding ist da. Hätte ich sogar eine Anbindung nach unten hin. Welche Itale ist das? Ist das die letzte? Ne, die letzte ist da unten. Oder? Ja, die letzte ist da unten. Dann hätte ich hier sogar einen Weg. Oh, ist das geil. Das ist eine geile Sache. So, das nehmen wir mal alles mit hier. Für was ist das? Na, brauche ich keine Ahnung. Komm. Und... Achso, ich habe keinen Jetpack an. Haha. Komm. Hallo? Jetzt bist du tot. Ich wollte auch hier dran. Komm schon. Komm schon. Dankeschön. Na, nehmen wir mit. Ah, da muss ich unbedingt noch einen Minenschacht finden. Ich meine, ich hatte doch einen gefunden hier. Ich dussel. Oder war das im... Fiete-Bis-Mega-Projekt? Ich komme mit der Welt gerade durcheinander. Wenn, dann müsste ich mir auch für Sprünge helfen. Oh. Na gut. Ach, hier ist noch ein Schacht. Den? Achso, das ist sogar der. Okay. Dann machen wir hier einmal so. So. Hier noch eine Fackel, die da ist. Lava, was ausleuchtet. Und hier machen wir auch noch eine Fackel, damit die nichts spawnt. Und Hauptsache, wir bekommen in Sachen Aluminium ist gut. Da unten ist auch wieder Wasser. Zumindest sieht man fett diesen Turm, den da drin ist. Und ich werde jetzt gerade eine Folge überziehen. Aber, ich schaue auf Uhren, dann werden wir doch direkt beenden. Ich überziehe doch hier nicht. Mensch, wo sind wir denn hier? Dann sehen wir uns gleich. Bis dahin. Euer Flischt.de. Und ich suche mal eben Minenschacht. Ich schaue mal gerade, ob ich den hier nicht irgendwo hatte. Dann sehen wir uns gleich. Bis dahin. Euer Flischt.de. Und tschösen. Ich schaue mal. Und dann kamen wir uns gleich sehr finanzie Free Imperium. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wir kommen sie haltalupe mit mir selbst. Und dann sehen wir uns bei uns unter anderem真的很 fellas. Und dann sehen wir uns da aus.